Leute, Venko hat ein neues Produkt und ich musste das hier aus dem Bambuswald holen. Ein Schneidebrett aus Bambus. Und Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen Nachhaltigkeit kann jede Küche gebrauchen. Aber ich glaube, ich muss noch mehr machen. Okay, eigentlich ist er bei mir im Garten und wir faken das hier gerade, aber die Idee ist echt und geil.